Willkommen zu einem neuen Video heute spiele minecraft survival games wie das seit langer langer Zeit ja mit dem faithful pack 64 denn ja mein brawl 5 ist ja momentan aktiv ich benutze kein levy mod mehr ja weil ich mich irgendwie gewöhnen will an optifine wegen mein brawl dass ich nicht auszusehendes aus werden die zwei strikes und ich habe ein strike ja wir haben vergessen in die gruppe zu schreiben dass wir auf den server joinen und dass wir geliebt sind das haben vergessen und weil sein pc abgestürzt ist ist er dann nicht mehr sofort auf den server gekommen deswegen hat es jetzt zwei strikes das heißt er muss aufpassen ich kann noch zwei strikes machen und ich bin raus das ist nicht so schlimm aber ja wenn er draußen ist jetzt schade wirklich ich bin mal ein projekt eigentlich ziemlich nice dass du mir ist einfach wenn man die aufnahme vergisst aufzunehmen was jetzt nicht wegen pc ist aufgestürzt das zählt nicht da bekommt man kann strike hat die zahl nicht bekommen beim zweiten mal ist der auch herausgeflogen leider das ist schade aber so ist das leben halt okay ich habe und ich hoffe allen glück dass sie gewinnen ich werde eh ausscheiden wegen der schulzeit weil ich dann nicht spielen darf das schade aber es ist halt so ich weiß nicht wie das ist dann machen soll kann und vielleicht kann ich dann trotzdem aufnehmen wie man kann er zwei folgen pro tag aufnehmen kann aber muss ja nicht das heißt ich könnte in der wochen sieben videos aufnehmen was ich die hälfte davon die man sonst aufnimmt aber ich denke es geht irgendwie klar ich weiß es nicht also ich schaffe es trotzdem noch jeden tag wieder hochzuladen die anderen werden viel weiter sein aber so ist es halt besser überleben als ganz draus zu sein das macht gar keinen sinn die letzten 30 tagen habe ich drei kristen eine ganze zeit nur zweitens macht keinen sinn 0 sind jedenfalls macht das projekt für ziemlich spaß und wir haben wirklich sehr glück gehabt ich werde euch nicht sagen was in der heutigen wohl kommt also was in dem wollten voll kommt wir haben ziemlich nice sachen gemacht könnte den gegner anziehen ist diesen tag hat in meinem spiel bekomme ich dann nach oben was versuchst du kannst eh nicht überleben wenn ich dich schon tausend mal geschlagen aber ich denke ich zünde sie an den jahren voll zu kann ich dafür nicht so gebrauchen ich weiß einfach mal so viele sachen weg ich denke dass das match beginnt sie sind 300 spieler okay ich glaube das ist ja möglich ich verzaubere irgendwie noch mein schwert kommt nur level 2 gegen den zu kämpfen sicher easy aber okay ich habe euch hat die folge gefallen es ist nur so eine kleine rede runde heute dann sehen uns das nächste mal beim nächsten video das heißt morgen morgen